so flump einfach nur ein Fahrstuhl Partner wartet das stimmt ja jetzt nicht ich auch nicht weißt du was bald wird's hell lass aufstehen die nehmen jetzt keinen Schaden wer nimmt keinen Schaden ich muss nachladen und da ist ein großer siehst du den ok jo 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 hab ihn gesehen oh Artefakt entdeckt geil nicht schlecht das war Rainer Rainer? bei dem ich gerade zertreten hab nee der das Artefakt entdeckt hat achso Rainer Zufall kennst du das? so alt ich hasse uns so alt die müssen hoch wo denn? hier links achso ich bin hallo hallo was? wieso? oh wir müssen hier rüber als dass die nicht mit uns reden war wir haben kurz was gesagt aber ich weiß nicht was ja wer war das? geht sie nichts an? wen meinen die eigentlich? weiß ich nicht Rainer? also hier steht jetzt aktivieren soll ich mal machen? mach mal wow ich hab nichts gedrückt oh mein Gott oh der wird so angepisst sein ich dreh einfach mal oh das oh Basti das oh das Vieh hasst uns jetzt schon so krass wir müssen drüben glaube ich das gleiche machen oh man Basti das wir sind nur Soldaten wäre ich das Vieh wäre ich richtig angepisst ja alles wegen dir du blöder Pisser ja oh den kann ich gar nicht schlagen nein 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 wo ist eigentlich die heiße Schnecke? welche? Ellie oder wie sie heißt oh mein Gott die stellen schon mal seine Beine richtig hin damit er richtig loslegen kann genau damit wir dann wenn wir in der Mitte sind er einfach nur noch zuschnappen muss Isaac sie müssen mit dem Käfig zur Öffnung rüber Norden kannst du uns helfen? dem? ach das soll wohl ein Scherz sein vergessen sie es ich gehe rein sie müssen nur den Käfig rüber zur Öffnung steuern wenn sie es sagen gehen sie in den Käfig ey mach keine Scheiße Alter ich weiß wo du wohnst weiß ich wirklich das ist mein Nachbar alter ein mit dem trinke ich immer äh Kaffee am Wochenende Körperhöhle bitte oh nein oh 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 shit ich kann ich nein ich kann ich kann nichts machen ja äh hallo das spielt keine Musik man kann nichts machen man kann nicht mal hinhocken ich höre Musik also Centos wie genau funktioniert das? suchen Sie mit dem Sensoraufsatz der Waffe nach einem Nervennetz er sollte Ping machen wenn Sie nahe dran sind und dann? ich schätze dann schießen Sie eine Sonde rein meine Telemetrie sollte aufleuchten und wir wissen wo die Maschine ist endlich was simples oder? genau total gut ich freue mich riesig ich fühle mich nicht wohl wir haben hier ah ja okay wir haben hier keine Ahnung das heißt wir müssen jetzt hier ich ziele mit der Sonde und frage den Ping klingt gar nicht so schwer ach doch ist der einfach ja nein hier bist du dir sicher? das hat nämlich die Waffe wird nämlich bei jedem Gang hell ja ne aber sie macht ein Piep wenn ich hier in die Richtung zeige in aller anderen Richtung macht sie es nicht nur hier in die Richtung okay so ein kleines Bleep ach guck mal ne nichts ich muss einen stärkeren Signal Ping finden Alter was ist das denn hier? guck mal hier sind sogar das sind hier lang ja guck mal das ist äh hier das sind Metallteile ja um die das ist ja ekelhaft wer hat denn Metall im Körper? hm äh hier geht's gar nicht lang wieso sagt man mein Ding hier piep na das macht überall piep verstehst du? doch doch du musst nur lange genug warten dann macht es überall piep oh hier hier macht es jetzt piep piep naja aber hier ist nichts ne wir müssen es war richtig aber ach wo was das kommt irgendwie wie es berät sich ja ja es wacht und verdaut uns ja man oh 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 das war sie auf den Lugen auf den Lugen wo ist es? hinter dir oh käfig alter waren zwei sind immer noch zwei oder wir fahren alle einfach nach Hause äh genau glaubst du äh in unserem Körper geht's genauso ab mit den Abwehren in den Mechanismen? mhm naja ich weiß dass mein Körper nicht voll mit Metall ist naja aber ansonsten klar die haben auch so badass hä? scheiß was ist das? wir waren das überall oder? ja dann ist jetzt ja weiß ich nicht ich glaub nicht ich glaub hier ging's nochmal hier nicht schon wieder diese scheiße ok wo? kommt und holt mich Achtung du hast genau da ist so und so ja ehrlich ich würde gerne hier verschwinden ja was sagt das Signal? es ist definitiv stärker aber noch eine? noch eine die drüben ist noch eine die hatten wir vorhin gefunden zwei sogar da oben das und wollen wir beide nehmen? ja dann nehme ich das unten oh so und hier das alle drei jetzt hast du es uns oh fuck oh 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 bin ich vertrunken? ist das dieses das ist wieder raus ich weiß jetzt wo die Maschine ist Schönt das nicht jetzt es lebt ok irgendwas gehen denn auch zu? wollen wir einfach nach oben dann? ja warum nicht oder oder warten wir hier einfach oh wir können ja hier nach oben ach so guck mal einer an muss uns der typ nicht nach äh irgendwie runter hoch holen und nachladen na ist jetzt kein günstiger Augenblick ich muss nachladen ja 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 das war aber gar nicht so dumm um hier reinzugehen glaube ich also es kommt jetzt was dickes ok es war hoffentlich die letzte ja ok Chenters sagen sie bitte dass sie haben was sie brauchen ja danke ich brauche einen Moment um die Daten zu richten doch das ist lieber ich bin schon die ganze Zeit hier echt mal bereit wenn sie es sind Norton Norton Wichser halt der kriegt sofort einen in die Fresse echt ja wir kommen oben 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 bam nur einen ja das sind tausende Signale alle konzentrieren sich weit unter der Planetenoberfläche das muss es sein da gibt es einen Eingang den Berg weiter hoch unterhalb einer zweiten Grabungstätte den Berg weiter hoch das sind kahle Felswände ich habe unten Kletterausrüstungen gesehen Juhu Chenters und ich werden am Fuß des Berges alle vorbereiten Norton kannst du dafür sorgen dass Isaac sicher rauskommt klar ich kümmere mich um ihn und Ellie ja ich lebe dich das weißt du doch oder was ja klar Isaac wir treffen uns an der Felswand alles klar du liebst mich was war denn das jetzt gerade das irgendwie ist was Norton ist schon ein ganz schön trauriger Mensch oder ich glaube schon du merkst halt dass er gegen uns Bär der erst mal der Parkas nicht ankommt na was ist denn jetzt los ey prügelst du dich jetzt ey du prügelst dich jetzt öffnen sie den Käfig nein äh wollen sie hier sterben dann ist das ihre Chance ab sofort übernehme ich die Mission wieder hey wo wollen sie hin Ellie retten ich habe eine Waffe in der Hand du auch wieso stehst du da nur so bin eingeschlafen Entschuldigung ja sitze einfach jetzt hier verdammt er hat mein Signal gestört hä kriegst du es hin sehr gut warum hat denn uns die Schwarze nicht geholfen ähm muss ich vielleicht auch was machen ich hab der Käfig ist auf ja guuut lass uns Norton töten aber ist doch nur ein Mensch ja ich bin einfach nur einversüchtig So. Lord my life, pray for someone like you. Okay. 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 Alles klar. Ja. Wir müssen hier entlang, hier entlang, hier entlang, hier entlang, hier entlang. Also mich würde es ja wundern, wenn jetzt hier unten nicht irgendwelche... Ist das normal? Was? Das hat hier vorne auch immer so gewackelt. Ja, ja. Okay. Seitdem wir das gestartet haben. Sehr gut. Das hat man schon. Hast du sie nicht angeklickt? Ja, ja. Ah, jetzt sind die alle grünen, die Dinger. Tatsächlich. Tatsache. Das ist ja... Nee. Runter. Runter? Ja. Ach, hier außen, außenzugang, da waren wir noch nicht tatsächlich. Ach, siehste. Ja, wir kommen immer ein bisschen weiter. Schön. Warum ist denn das auf einmal so dunkel? Ich weiß es nicht. Not funny. Musik wird langsam bedrohlich. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Eine Bank. Wupp. Okay. Sind denn die Bots schon wieder da? Ich glaube, ja. Ja. Bottis. Meine kleinen Bottis. Meine Bottis. Das sind meine Bottis. Nee, die zwei hier sind meine Bottis. Nein, das sind meine Bottis. Nein, das sind meine Bottis. Nein, das sind meine Bottis. Meine Bottis. Meine Bottis. Meine Botti. Na gut. Oh, oh. Handwerfer zum medizinischen... Nee. Was? Was redest du? Wie hieß nochmal die... Hier, ein... Nee. Du wolltest die Minenhandwerker... Minenarbeiter... Und so. Bin ich bescheuert? Wo ist denn das Ding hin? Ich hab keine Ahnung. Achso, Reparaturverz... Fahrzeug. Reparaturfahrzeug für Schiffe. Yippie. Kannst du spawnen? Ja. Rüste das ruhig gegen die Eins aus. Also gegen diese Sondenwaffe. Die hab ich ja noch drin. Warte, wenn die nochmal brauchen. Ich möchte mal sehen. Jetzt ist bestimmt das übelste Drecksteil. Ja, wahrscheinlich. Das kann ich mir echt gut vorstellen. Das schießt, äh... Bolzen wahrscheinlich, ne? Bolzen. Ja, Bolzen. Okay, und der Taste? Na, du hast ja nichts drunter, oder? Ich glaube, so ein Messer. Achso. Na, das kannst du auch nochmal austauschen. Ja, Moment. Ich bin sofort fertig. Das geht schon. Ja, das sieht schon mal gut aus. Das gefällt mir. Weil dann baue ich jetzt... Ehm... Oh, nicht. So. So. Wie war denn das nochmal? Was denn? Hydraulikantrieb. Ja, du musst jetzt für die untere irgendwas... Telemetriebolzen. Telemetriebolzen. Du hast einen Hydraulikantrieb und einen... Ja, siehst du, das kannst du ja wegnehmen. Und dafür kannst du ja irgendwie... Weiß ich nicht. Warte. Was hat Telemetriebolzen und... Standardspitze. Ist ja fast ein bisschen langweilig, oder? Telemetriebolzen. Nein! So. Standardspitze. Ach das, okay. Hm, 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 hm. Ach ja. Äh, hm, 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 hm. Beeil dich, sonst sind die, äh... Ja, ja. Bots wieder da. Ja. Bevor du fertig wirst. Ich nehme mal so. Aber man kann ja nichts aufnehmen, was, äh, im Regal steht. Natürlich schade. Man kann gar nicht so mit seiner Umwelt agieren, wie das in den ersten beiden Teilen der Fall war. Hm, jetzt habe ich auch nur sechs Schuss bei der ersten Waffe, aber gut. Noo, ich bin hier und wir können los. Jetzt muss ich auf jeden Fall treffen. Joa. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky, when the blazing sun is gone, when the nothing shines upon. Joa. 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 Vielen Dank.